Die Rede des Bundespräsidenten hat mir im Ganzen sehr gut gefallen. Und ich habe bei ihm immer noch im Hinterkopf, wie er damals gesagt hat, so sind wir nicht. Und dieses, ja, so sind wir Österreicher nicht. Und es kommt in dem Zitat ja auch wieder irgendwie, ich glaube nicht, dass wir ein Land sind, in dem das notwendig ist. Weil es gibt so viele Menschen bei uns, die bereit sind zu helfen. Es gibt so viele Menschen, die völlig vor den Kopf gestoßen sind, dass wir, obwohl wir die Kinderrechtskonvention unterschrieben haben, einfach da drüber fahren. Und nicht einmal auf Kinder Rücksicht nehmen und ihnen die Zukunft, die Bildungschancen und ihr ganzes soziales Netz zerstören. Mein Name ist Schwesterin Burga Maringele, ich bin der Zerschwester des Heiligen Franziskus und wir sind hier in unserem Provinzhaus in Halb. Courage. Mut zur Menschlichkeit.